Ich darf vorstellen, euer Champion. Wir sind Jobmaster, Newtie. Die Zeit fliegt dahin. Genau wie ich. Gut, ich bin der Jobmaster. Lass uns hier landen. Schluss mit der Abhängerei. Wir springen. Yep. Ich bin der Jobmaster. Erster Treffer. Oh, erster Treffer. Wer hätte gedacht, dass so ein Blutspot so blutig ist. Zusätzliche Ausrüstung hier drüben. Kommt nach oben. Mein Sprungdüsen sei Dank. Gehen wir da lang. Yep. Und hoch. Hier ist ein Rucksack. Stufe 2. Wir haben Böden in der Nähe. Ich werde beschossen. Du lass mich nicht mehr. Das war's nicht ganz los. Gut. Oh ich kann, Ihnen das machen. Wow. Das war der letzte von ihnen. Und wieder beißt ein Squat ins Gras. Ich würde gerne hier entlang spazieren. Hier ist eine Schildsähe. Sekunde. Lade Schild auf. Wann nun. Ring schließt sich. Sehr gut. Wir sind alle im Ring. Ja. Gegner, da drüben. Ja. Feind, da drüben. Lade nach. Der ist erledigt. Da drüben. Ja. Schiffst. Schiffst. Das ist einzuschiff. Gehen. Schiffst. Unterlemmende. Das ist geschifft. Ich suche schwere Munition. L.T. Shell, lässt euch ein Geschenk da. Lade meine Schilde auf. Wollen wir hier entlang spazieren? Ich lade mal schnell meine Schilde auf. Ab nach oben, Lucy. Hier ist ein erweitertes, leichtes Magazin. Stufe 1. Neuer Killspitzenreiter bestimmt. Neuer Killspitzenreiter. Wenn Sie übermittig werden, werden Sie schlafen. Stufe 2. Zusätzliche Ausrüstung hier drüben. Hier ist schwere Munition. Danke. Du kannst mir danken, wenn wir gewonnen haben. Angekommen? Vielleicht gibt es da lang was Gutes. Okay. Okay. Du kannst mir schlafen. Justine Schild. Bakt! hab ihr drüben den feind gesichtet mein sprung düsen sei dank sie haben mich entdeckt ich habe sie den kamin angeheizt wiederholen werfe termitgranate ich krieg was ab Ich bin ein Wettbewerb. Hier ist ne Todeskiste! Los jetzt! Sag, halte ohne hier! Danke Schätzchen. Lade meine Schilde auf! Schilder werden aufgeladen. Nur ein Kratzer. Sekunde. Vielleicht gibt's da lang was groß. Ich bin beschossen. Jetzt wird geladen. Ich lade nur schnell meine Schilder auf. Dann konnten wir diesen Weg. Ich lade nach. Eine Minute. Komm und hol dir dein Geburtstagsgeschenk. Hör mal her, ich bin beschossen. Muss nachladen. Diese Idioten schießen auf mich. Hör mal rein, los. Nach oben, Jutti. Bitte wiederholen. Feind eliminiert. Will jemand mir eine Singularität sehen? Wer ist denn beschossen? Und jetzt? Der letzte ausgeschaltet, aber mit Karachos. Lade mir eine Schilder auf. Geringe Entfernung zum Ring. Noch zehn. Wir sollten diesen Sprungdurm benutzen. Ring schließt sich. Der Ring bewegt sich. Ab nach oben. Wieder mal eine sanfte Landung. Teilung läuft. Achtung. Lieferer Care-Paket aus. Care-Paket. Im niedrigen Orbit. Ach. 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 Da ist ein Trottel. Ihr könnt interessant werden. Hat ein Ziel da drüben. Ich bin der Knabe. Ich lache feind. Du hörst überrascht, was für kosmische Geheimnisse dir war ein Piss. Ich kenne wieder zu. Ich kenne drei. Gesicht hin. Leg ein Zahn zu. Auch drei besetzt. Lieber zwei. Warte schon. Eine kleine Singularität unter Freunden. Lieg sie leide. Geht es in die Küche? Ich wollte es nicht in die Küche. Ja, was sind einfach. Voll top. Feind erledigt. Ich hole das in die engen drei. Mich hat sie erwischt. Gleitere Fröhle. Gleich hier. Hört mal her. Ich werde Hilfe. Tango, also durch. Ich hab dich. Lade nach. Ich benutze ein Phoenix-Kit, Leute. Eine Heil-Drohne, falls nötig. Sekunde. Ich benutze mein Phoenix-Kit. Ich werde beschossen. Kontakt. Lade nach. Stelle Kontakt zum Feind her. Ich bin verletzt. Die Verkehrspitzen weiter bestimmen. Wir formieren uns hier neu. Feind entfernt. Sehr gut. Wir sind alle im Ring. Diese Idioten schießen auf mich. Eine Heil-Drohne, falls nötig. Schilde werden aufgeladen. Hört mal her, ich werde beschossen. Ich gönne nur meinen Schilden eine Aufladung. Ich suche schwere Munition. Schilde werden aufgeladen. Hier ist schwere Munition. Ruhig, danke dir. Schön gesehen. Jetzt bewertet ihr. Schieße. Lade nach. Lade nach. Schilde werden aufgeladen. Wäre beschossen. Runde vier. Starte den Ring-Countdown. Gesichtet. Leg ein Zahn zu. Ein Ziel ausgeschaltet. Lade nach. Sehr gut. Wir haben den... Die schießen auf mich. Ich verpiss mich. Wurde gesichtet. Ich friss drei. Schilde werden aufgeladen. Wir sollten unseren Orbit dorthin verlinken. Bär. Ziel perfekt getroffen. Ziel ist es nicht. Wir schießen nicht. Ich habe ein kleines Tierchen beschädigt. Einfach mal zieh bestätigt. Lade nach. Gehen wir durch. Hier ist eine Schildzelle. Lade mir eine Schilde auf. Wir haben jetzt in der Nähe. In einer Minute schläft er sich. Ja, gebleien die Heide. Werde beschossen. Ich gönne meinen Schilden eine Aufladung. Gegner da drüben. Komm und hol dir dein Geburtstagsgeschenk. Gegner gesichtet. Ohne�� schläft. Ich spendiere eine Runde schwer. 10 Sekunden. Richtig. Lade meine Schilde auf. Ich krieg Wasser. Wurde gesichtet. Lege ein Zahn zu. Ich gönne meinen Schilden eine Aufladung. Ich gehe mit Alarm. Kehr gleich mit. Stuhl. Ohne jetzt Pringel jetzt zu sehen. Ich habe mich erledigt. Werde beschossen. Jage Rauch aus dem Kamin. Lade meine Schilder auf. Lade! Da ist ein niedriger Trottel. Ich zieh eine. Wurde gesichtet. Ach was, ist schon eine kleine Singularität unter Freunden. Noch zwei. Falsch am Boden. Falsch am Boden. GGs. Das war großartig von start to finish. Ihr seid die Apex Champions.